so herzlich willkommen zurück zu call of doom sigil ultimate die letzte metten das ist so eine richtige abfahrt mit gewesen mit haben und besen gott mich vor dass sie vorbei ist so die map jetzt wird wieder ein bisschen schwerer aber gegen schwere maps an sich habe ich soweit nichts wenn ich einfach nervend sind und die anderen die war halt einfach nur diese ständig du kommst halt ohne ohne nicht ständig weiter ich meine es ist in dem moment nicht schlimm weil ich sag mal das ist halt ein element von doom deswegen gibt es ja dieses quick save aber da ist ja teilweise ich noch jedem gegner speichern muslim überhaupt voranzukommen ist schon heftig ich sollte vielleicht noch meine silence werfen benutzen was das war direkt vor mir das sieht bei der wei so ist es echt interessant aus Moment mal, hier gab es doch auch irgendwie so einen Schalter. Hm, na gut. Ah, jetzt gibt es einen Schalter. Oder? Hier, 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 hier ist doch gerade irgendwas aufgegangen. Ihr habt es doch gehört. Vielleicht, wenn ich so mache? Oh. Okay. Das war kein Ziel, was aufgegangen ist, sondern das war eine Falle, die aufgegangen ist. Und die hat nur noch nicht ausgelöst, weil wir keinen Krach gemacht haben. Ja. So, führst du dir mit dir mal. Wo kommt die Brücke her? Ach da. Oh, fahrgabend ist ja. Okay. Na gut. Darauf wird's gefecht. Was? Jetzt hab ich mich gespawnt. Scheiße. Ha. So. Oh nein, Kakodimo gibt's ja auch noch. Na, Scheiße! was zwei kakodämon oh, guck mal her wo ist denn der? alter ich treffe halt dauernd daneben, das ist doch nicht möglich, die sind zwei Meter von mir entfernt, und ich treffe nicht und jetzt treffe ich zwei mit einem mal da ist er, boah oh, jetzt schöner Schalter hä, ist das hier ein secret, wo willst du einmal Munition gibst? ach ne, wo es hier weiter geht oder muss man hier rein? hä? ja komm das war der erste Streich oh ja der zweite kann jetzt von beiden Seiten kommen was das? ach, jetzt nicht hier oben ich bin ein Risser ich bin ein Risser sehr gut Oh nein! Nein! Jetzt sind sie beide irgendwo. Ah, sobi. Ach, scheiße. Kann ich eigentlich? Oh Mensch, mal die falsche Waffe. Die hier bitte. Oh, Alter. Ah, man. Tropfen raus teleportiert. Er ist da. Na gut, muss ich halt so fassen. Granate bringt gar nichts, was sich unbeweglich ist. Die Frage ist, wo... An welcher Stelle teleportieren die... Bläh? An welcher Stelle teleportieren die sich raus? Wie funktioniert das, wenn ich hier... Naja, warte. Wenn ich das so mache? Ach, Mann. Die Sonne scheint gerade so kack auf meine Tastatur. Ich sehe gerade die Tasten gar nicht mehr hier. Muss immer gucken, welche jetzt die 6, welche jetzt die 5 und... Weiß ja gar was. Na, ah ja. Wo ist noch so ein Kack-Impf hier? Das ist doch nicht euer Ernst. Was soll denn der Scheiß? So, wo ist jetzt dieser Kack-Impf? Heck mit dir. Heck mit dir auch. Kommen wir noch mehr, oder was? Also ich höre zumindest noch mehr. Kann ich einfach so schon machen? So pre-feiern? Ne, fliegt er zurück. Scheiße. Ah, was solls. Komm. Geh nochmal auf jetzt hier. Auf jetzt hier. Auf jetzt hier. Oder auch nicht. Ach, jetzt geht's auf. Ah. Boah. Alle 3 erwischt. Uah, uah. Ne, du. Finde ich nicht korrekt. Ah ja, das hier. Ah ja, das hier. Von hier kommt er also. Interessant. Uah, 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 uah. Uah, uah, uah. Oh, ich weiß welcher Raum gleich kommt. Gut. Das wird auch so ein Raum, der unmöglich... Ähm, Mann, Alter. Der auch unmöglich wird. Gott. Dammit. Ähm, ja. Ernsthaft jetzt? Geht doch. War da nicht ein Secret? Ach komm hin. Oh. 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 Oh oh. halt nicht allol ist ja seltsam ja wie nice die frage ist macht vielleicht sind ich weiß nur nicht wir probieren einfach mal mit dem ding lol wir müssen aber schnell sein denn das ding hält ja nicht so lange schnodere um doch und ohne dem ding wäre diese stelle quasi möglich gewesen sehr schön ja ist es jetzt gut dass sie sich da so runter und so rein teleportiert haben ja wir werden es nicht herausfinden ich weiß noch gar nicht wie ich die davon abhalten sollte da rein zu gehen ja ja ich muss mal wieder gucken besser geht es gar nicht besser geht es gar nicht hier ist etwas offen hier sind wir schon das wird auch noch alles bezüglich ich dachte das ist eine map die erst noch kommt und oh god wie groß ist denn diese map hier scheiße die maps werden immer größer ja ähm alter nein die falsche wache ach komm ich glaube nicht in dir die wie groß ist die Na komm her! Warum ist jetzt halbiert jemand eigentlich schon aktiv? Oha! Ah fuck! Ah fuck, 60% Leben, da wird doch nie im Leben was! Kann ich einfach mal sterben? Geht doch! Warum ist das halbiert jemand schon hier vorne? Gott, überall ist hier irgendwas! Wo ist jetzt dieser scheiß Shotgun an der Hände? Das wird doch nie im Leben was! Oh Gott! Alter! Oh nein! Was hab ich getan? Kommt ihr hier jetzt auch durch? Scheint fast nicht so, oder? Nö! Der läuft einfach immer noch dran vorbei! Der ist ja gut, der ist an, Alter! Gut, dann können wir den da vielleicht sogar drüber ausschalten! Ich weiß nur nicht, wie wir das machen sollten! Ähm... Hier mit für... Nein! Da! Hier mit vielleicht! Ach Gott! Ich hab dir die Fählchen noch gar nicht... Alter! Ich dachte ich hab die schon ausgeschalten! Ohhhh... Ohhhh... Äh... Mal die gleiche Kacke mit der Kacke hier! Wo sind die jetzt? Na komm doch mal her! Hallo! Hallo! Die ist doch ja nicht! Noch einer hier! Gute Fahrschein! Wie soll denn das... Wie... Wie bitte... Wie soll das funktionieren? Oh Gott! Nee! Nee! Alter! Ich weiß doch gar nicht mehr, wie wir laufen müssen! Wir konnten doch hier dran vorbei, oder? Ah! Das war... Das war... Ach doch! Guck mal! Da rechts! Da können wir noch dran vorbeilaufen! Ach du... Oh ok! Alter... Wie soll das mit dem Cybertin funktionieren... Nein, jetzt hab ich mir die Schuh drauf gemacht... nicht, ich will die nicht mehr! Wie bitte! Wie soll das funktionieren? Oh, nee, klar, 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 klar Komm direkt auf meine Party Alter, geh mal hier, jo Entshaft jetzt Alter, Mann Ich schiefe mich doch gleich nach Paris, Alter Alter Wie komme ich da hinten an diesen Scheiß Shotgun heran? Das sollte in jedem Leben funktionieren Okay, ich muss euch einfach durchbrechen Eier Blätze Oh mein Gott Hat er gut funktioniert hier? Hä? Quasi ein Träumchen hier Und jetzt? Warte Sieht sogar gut aus Irgendwo rennt hier noch ein Shotgun herum Die Frage ist halt nochmal wo? Oder haben wir den schon erledigt? Ne ne? Oh Bisher ist mir nicht wieder hier Okay Okay Ach, hier ist das Ende Sehr schön Oh Mann Oh nein Oh nein Die Map Warum bringen wir die drauf? Bis zur nächsten Folge Oh Mann Das wird eine Map, du Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns W trod